Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, die Orlando Vlogs sind jetzt durch, aber das ganze Thema Florida ist natürlich noch nicht beendet. Da kommt auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen was, unter anderem diverse Coaster-Spotlights zu den neuen Highlight-Bahnen, die da jetzt so stehen. Und ganz passenderweise ist jetzt sogar ein Buch erschienen von jemandem, den ihr vielleicht durch den FKF kennt. Tobias Niepel hat nämlich ein Buch rausgebracht, 101 Erlebnisse, die einen Florida-Urlaub unvergesslich machen. In diesem Buch werden halt sehr viele Tipps gegeben, was man in Florida machen kann. Das ist natürlich nicht nur bezogen auf die Freizeitparks, die finden da natürlich auch statt. Ich meine, Orlando ist halt die Freizeitpark-Hauptstadt quasi der Welt. Die finden da alle drin statt. Also Disney mit seinen ganzen Themenparks und Wasserparks und auch Disney Springs. Dann haben wir Universal mit den drei Parks, dann mit dem City Walk, dann SeaWorld, Discovery Cove, Aquatica, Busch Gardens. Das kommt drin vor. Aber vielleicht wollt ihr ja über die Parks hinaus noch was von Florida sehen. Und genau dafür ist dieses Buch gedacht. Denn da gibt es ganz viele Tipps, was man sonst noch so machen kann in den Everglades, in den Keys, in Miami, welche Routen man fahren kann, was man vielleicht mal gesehen haben sollte, was für Erlebnisse man buchen kann, quasi was es halt alles für Möglichkeiten gibt. Einiges davon hatten wir tatsächlich sogar dieses Jahr auf unserer Tour. Ein paar Punkte daraus zum Beispiel war in einer Villa mit Pool wohnen. Das war sehr, sehr cool. Das habe ich jetzt zweimal sogar gemacht. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Lohnt sich aber tatsächlich eher nur, wenn man ab vier Personen aufwärts eine Gruppe hat. Wir haben uns einen Raketenstart angeguckt in Cape Canaveral, was auch unfassbar beeindruckend ist. Da muss man natürlich gucken, wann startet da was. Ich meine, auf Websites kann man das ja alles nachgucken, zu welchen Uhrzeit da Raketen starten. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Wir waren auch in Discovery Cove, wo zumindest Marvin mit Delfinen geschwommen ist. Ich habe das ja 2018 schon mal gemacht. Deswegen habe ich mir das gespart. In Miami zum Beispiel waren wir diesmal nicht. Da war ich vor fünf Jahren mal. Kann man sich halt auch angucken. Wir waren auch im Miami Zoo damals. Wir waren am Strand. Da gibt es halt ultra viel, was man irgendwie machen kann. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dieses Buch wird demnächst irgendwann mal, denke ich, verlost. Ich habe ja schon im letzten Vlog von Orlando angekündigt, vielleicht mal ein Q&A zu machen zu diesem ganzen Trip. Und ich würde sagen, dass ich das da dann auch verlosen werde. Es ist dann auch dieses Exemplar. Ich habe es mal durchgeblättert. Ich habe mal geguckt, was da so alles drin ist. Es ist halt wirklich auch alles gebildert da. Ihr habt das alles so aufgebaut, dass ihr halt von 1 bis 101 durchgeht. Hier dann zum Beispiel die Disney Monorail und auf der anderen Seite die Disney Boote, weil das ist halt auch was Besonderes, dass man zum Magic Kingdom mit der Monorail fahren kann oder aber man fährt mit einem Boot rüber, was halt sehr, 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 sehr cool ist. Oder auch hier mit einem Manatee schwimmen. Das steht beim nächsten Mal bei mir definitiv auf der Liste. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil das sind absolut süße, tolle Tiere und die möchte ich halt schon sehr gerne mal sehr nah sehen. Ein paar Punkte sind natürlich Füllerpunkte, wie zum Beispiel einen Ibis sehen. Das sind halt quasi die Tauben Floridas. Also da werdet ihr unzählige von sehen. Dann habt ihr halt so Sachen drin wie den höchsten Kettenflieger der Welt fahren auf dem iDrive. Genau. Dann halt Disney Springs. Die ganzen Sachen, die man da machen kann. Man kann sich da ja auch Shows angucken. Man kann in Miami auf verschiedene Touren machen zum Schnorcheln, Jet Ski fahren, einen Helikopterrundflug. Man kann sich in Miami generell alles angucken. Man kann durch die Everglades, man kann zu Key West, Tampa kann man sich angucken. Theoretisch kann man sich da auch Football angucken. Theoretisch kann man sich da Eishockey angucken. Also es gibt ein unfassbar breites Spektrum, was man in Florida machen kann. Deswegen 101 Erlebnisse, die einen Florida-Urlaub unvergesslich machen. Kann ich empfehlen, wenn ihr da wirklich mal Bock drauf habt, eine Tour zu machen und nicht nur auf Freizeitparks gehen wollt, sondern auch ein bisschen drumherum. Guckt euch dieses Buch an. Da steht alles drin. Da sind sehr viele sehr coole Punkte drin, die ich auch quasi schon gemacht habe. Also kann ich das alles wärmstens empfehlen. Den Link zum Buch packe ich unten in die Beschreibung und in den angepinnten Kommentar. Und ja, das soll es dann quasi schon hierzu gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, können wir das auch mal oder im Q&A zu Orlando. Könnte man das theoretisch auch durchblättern und mal gemeinsam durchgehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ja, schreibt es da unten in die Kommentare. Und ansonsten, ja, ein Foto mit Hulk Hogan in Madame Tussauds. Könnte man eigentlich auch mal machen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß in den Freizeitparks und auf den Achterbahnen dieser Welt. Genießt die Zeit. Ich meine, es ist jetzt Off-Season, aber irgendwo, irgendein Freizeitpark hat immer auf. Also genießt die Zeit. Bis denn. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Das war's. Bis zum nächsten Mal.